Während unseres Urlaubs am Edersee haben wir abends bei Regen noch einen kleinen Spaziergang zum westlichen Teil der Staumauer gemacht. Dort gibt es eine kleine Anzahl von gastronomischen Betrieben und Souvenirshops. Abends war da natürlich alles schon geschlossen und aufgrund des schlechten Wetters waren nur wenige Menschen unterwegs. So konnten wir, wie die kleinen Kinder tagsüber, fast unbeobachtet, ein wenig am sogenannten Aquapark rumspielen. Der Aquapark sind verschiedene Wasserspielzeuge, die in Form des Edersees im Maßstab 1 zu 200 angeordnet sind. Und wie ihr sehen könnt, hatten wir sichtlich Spaß daran. Und das ist aber nicht ganz gut. Und das ist aber nicht ganz gut. Ich nehme an diedepende Baupark. Ich nehme an die en. Ich nehme an die e. Das ist doch nicht ganz gut. Ich nehme an die Ansteckung. Ich nehme an die Aufferung. Ich nehme an die Und da passiert noch nichts, da ist der Wasserstand zu niedrig, dann geht es hier weiter und hier ist jetzt auch wieder ein Staudamm. Und wenn wir den jetzt aufmachen.